Gut, Großglockner Ultra Trail, ich komme. Herzlich willkommen bei der ersten laufenden Deckung-Podcast-Folge nach dem Großglockner Ultra Trail. Heute zu Gast, wie in jeder Folge, Florian, der Dreiviertelfinisher des Trails. Das klingt schon doof, Dreiviertelfinisher. Wir rücken gleich von Anfang an mit dem Ergebnis heraus, es sollte nicht sein. Es hat nicht sein sollen. Du hast die Dreivierteldistanz geschafft. Du hast das erste Mal mit 50 gestartet und jetzt hast du schon fast die 100 geschafft. Ja, aber man kriegt keine Medaille dafür, dass man Dreiviertel des Rennens geschafft hat. Mir hat einmal ein sehr weiser Mann gesagt, wie ich meinen ersten Marathon gefinisht habe, wegen der Medaille machst du. Ja, eh, eh, aber ich war halt schon gerne ins Ziel gekommen. Aber lass uns vielleicht, lass uns lieber von Anfang anfangen, weil sonst erkennt sich keiner aus. Also, Großglockner Ultra Trail, wie ist es dir gegangen? Ja, eigentlich, ich war davor ziemlich nervös, muss ich sagen. Also, ich war selten so nervös von dem Lauf und wir haben uns dann zu fünft oder so was oder zu sechst am Freitag noch, also am Freitag war der Start, und dann haben wir uns am Freitag getroffen zum obligatorischen Pizzaessen und da haben sie alle geredet über die schwere Passage und da muss irgendwie ein Steinfeld runter und da muss eine Schneefeld rauf und ich habe mir schon gedacht, ob ich da überhaupt ins Ziel komme. Ich war mir dann nicht ganz sicher und dann hat es um neun, also um zehn war der Start und um neun hat es zum Schütten angefangen, sowas habe ich selten gesehen. Da war ein Gewitter genau über uns und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich da auch noch raus. Habe Tere, das wird nie was. Zum Glück hat das Gewitter aufgehört und beim Start war es dann eigentlich trocken, kann man sagen. Ja, um zehn ist dann, zehn am Abend ist dann losgegangen in Kaprun. Für die Langdistanz, das heißt für die 110 Kilometer, der Start waren, glaube ich, 300 ungefähr. 368, um genau zu sagen, ich glaube 400. Das ist ganz alt. Ja, genau, es gab ja noch die 75 Kilometer, die sind alle aber am nächsten Tag um 5 in der Früh, glaube ich, gestartet. Da gab es irgendwie 200 Teilnehmer und dann gab es noch die 50, die sind am nächsten Tag um 8 oder so gestartet oder irgendwie sowas. Ja, die sind aber auch in Kals gestartet, also die sind auch bei der Halbzeit gestartet und haben nur quasi die Rückrunde gemacht. Ja, die haben den schwierigeren Teil laufen dürfen, kann man schon sagen. Ja, genau, um zehn ist es für uns losgegangen und wie es eigentlich eh immer so ist, sobald es dann mal losgeht, ist die Anspannung irgendwie abgefallen und es geht dann dahin. Also es geht ja dann kurz durch Kaprun durch und dann geht es schon rauf auf den ersten Berg, wo ich jetzt nicht weiß, wie der heißt. Und dann bist du eh schon irgendwie im Laufen drinnen und freust, dass es endlich losgeht und alle trainen ihre Stirnlampen auf und du denkst, jetzt geht es los und jetzt, gut, Großglock-Nojo-Trail, ich komme. Und dann geht es da eben dann meistens dann, wenn die erste Engstelle kommt, dann musst du einmal warten, bis alle sich irgendwie weiterbewegen und dann bewegst du im Gänsemarsch in den ersten Berg rauf. Und das ist eigentlich ziemlich gut gegangen, aber auch relativ easy. Also es ist ungefähr so, wie wenn du bei uns im Wiener Wald irgendwo laufen gehst. Also da war jetzt nicht sonderlich viel Schwieriges und dann kommst du irgendwann bei einer Forststraße raus und von da an laufst du bis Fusch, glaube ich, nur Forststraße im Endeffekt. Ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Also bis zum ersten Checkpoint, oder? Ja, es ist kein richtiger Checkpoint. Der erste wirkliche Checkpoint ist ein Verleiten, aber es ist die erste Wasserstelle, kann man sagen. Also Wasser ist und so ein Zeug hat es gegeben. Und dafür verleiten, also das war ja dann Kilometer 22 ungefähr. Das war der erste wirkliche Checkpoint, da hatte man ja vier Stunden Zeit. Und da waren doch sicher schon 800, 900 Höhenmeter, glaube ich, dabei bei den 22 Kilometern. Und dann haben wir gedacht, vier Stunden, ja, ich habe jetzt mit schwerem Terrain gerechnet, aber da habe ich mir gedacht, das könnte schon knapper werden. Aber das ist eigentlich relativ locker ausgegangen. Und was mich am allermeisten verwundert hat, ist, dass ich bergauf bei den ganzen Vorstraßenwege eigentlich alle gelaufen bin. Ich habe irgendwie, ich meine, das Gehen ist viel zu langsam. Irgendwie, ich muss laufen. Das ist nicht viel anstrengender als Gehen. Und habe da relativ viel auch überholt. Du warst 82. Mädel und warst im Verleiten bei 3 Stunden 24. 141. 141. 3 Stunden 24 ist die Ausgangszeit. Also angekommen sind wir mit 3,20. Also ich bin dann mit einem zweiten mitgelaufen von dieser Pizza-Partie, wo wir weiter gesagt haben, wir würden gerne halt die Sub-24 angehen. Mit dem bin ich den ersten Teil gelaufen. Dann waren wir aber beim Bergauf so den einen Schritt schnell. Und wissend, dass sowas sich mit der Zeit rächen kann, habe ich mich dann ein bisschen zurückfallen lassen und versuchte eben mein eigenes Tempo zu finden. Und versuchte eben bewusst, sag ich jetzt mal, egoistisch zu sein und nicht auf andere zu schauen, sondern nur auf mich und was ich halt in dem Moment brauche. Und aber in Verleiten habe ich ihn dann eingeholt gehabt. Also er war vielleicht eineinhalb Minuten vor mir dort oder so. Also er hat sich gerade einen Red Bull reingezogen. Also so lange kann er noch nicht da gewesen sein. Also 3,20, da war ich etwas überrascht. Ich habe mir gedacht, dass wir etwas länger hin brauchen. Fand war gut in der Zeit. Und wir haben uns ja letztes Mal gemeinsam, glaube ich, den 23, 59, 59 Menschen angeschaut. Und der war mit 3,50 Stunden in Verleiten. Also war das so ein Dingswert, dass das schon mal nicht so schlecht ist? Auch wenn du jetzt sagst, es ist ja gut gegangen, es sind 4 Stunden beim ersten Checkpoint. Unwenig. Unwenig. Also klingt das da eigentlich viel Zeit, aber wenn du sagst, du bist gut gelaufen, es ist gut, du bist da auch alles gelaufen und trotzdem 3,24, ist 4 Stunden relativ knapp. Ich finde schon, dass das 4 Stunden eine Ansage ist. Du kannst wirklich drödeln, kannst wahrscheinlich nicht, glaube ich. Also ich fand auch, es ist nicht unmöglich, es ist halt wirklich viel Vorstraße und dadurch ist es halt wirklich auch leicht zum Laufen. Aber es ist ein Halbmarathon. Ja. Du gehst dorthin. Und mit, was hast du gesagt, 800 Höhenmeter? Ich weiß es nicht genau. Du gehst irgendwie bis auf 1.500 Höhenmeter rauf und laufst es dann wieder runter, gehst ein bisschen rauf. Das sind mehr, das sind 1.000 Höhenmeter. 1.000 Höhenmeter auf einen Halbmarathon. Wenn du weißt, dass du danach noch was vorhast, ballerst du nicht völlig. Dann sind 3 Stunden irgendwas durchaus ambitioniert. Genau, und dann haben wir uns eben zusammengetroffen, haben dann noch kräftig Red Bull getankt, was ich normalerweise nicht trinke oder nicht zu viel trinke, aber bei solchen Rennen gerade in der Nacht wahnsinnig wichtig ist. Und da war es dann eben schon halb zwei in der Früh. Und dann kommt eben der erste wirklich fette Anstieg auf die untere Pfandelscharte. Und der geht eigentlich zu Beginn, geht es relativ flach dahin. Also das sind irgendwie 10 Kilometer, 12 Kilometer bis auf die Pfandelscharte rauf. Und da geht es irgendwie sicher 4 oder sowas geht es gerade dahin. Und dann schlängelt er sich zuerst einmal recht unschuldig rauf. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich den zweiten, den ich da im Gepäck hatte, dass ich einen schnelleren Schritt anlege als er. Aber er hat immer gemeint, man soll aufpassen, dass die Pfandelscharte, ich meine, die geht dann bis auf 2,6, glaube ich, rauf. Die zahlt sich wirklich lang und man soll dann, der ist ja schon mal gelaufen. Kilometer 30 bis 35, von dem sprechen wir da. Und er hat gemeint, da wird es noch steil, man soll, er glaubt, es ist besser, man geht da langsam in die Steigung rein. Und ich habe da seiner Expertise auch vertraut und bin da eben rein. Dann sind wir zu diesem vermeintlich steilen Stück gekommen. Und mein erster Gedanke war, vielleicht bin ich Matera gestätigt, aber so arg steil fand ich das jetzt nicht. Dann bin ich halt mein Tempo raufgegangen und habe halt gemerkt, dass ich eben davon gehe und eventuell warte ich vielleicht oben, je nachdem, wie es uns geht. Und bin halt rauf und habe kontinuierlich Leute überholt. Also ich habe dort echt ständig, bin ich dann hinter Leuten, bin dann eben vorbei und es zahlt sich dann schon lange. Also ich glaube dann von Kilometer 30 eben bis 35 oben. Also insgesamt waren das sicher dann eine Stunde, eineinhalb Stunden, eineinhalb Stunden. Also ich war, glaube ich, nach sechs Stunden, sechs Stunden 15 oben auf der unteren Pfandelscharte. Und das zieht sich halt schon. Du glaubst ständig, du siehst oben und gehst dann da rauf und kommst dann an, wo du vermeintlich glaubst, dass es oben ist, um nur drauf zu kommen, dass das noch nicht ganz oben ist. Und irgendwann gehst du auch dann wirklich über ein Schneefeld drüber. Und irgendwann nach sechs Stunden 15 war ich dann auch irgendwann oben und war sehr glücklich, den ersten, das ist auch der längste Anstieg, aber den ersten wirklich fetten Anstieg hinter mich gebracht zu haben. Wenn man dein Strava-Profil stalkt, wie ich das ja gerne tue oder sowas, unter Berücksichtigung dessen, dass Strava da manchmal komische Dinge anzeigt, ein doch für die Steigung sehr resches Tempo an den Tag gelegt. Also der Kilometer 30 bis 35 war im Schnitt, würde ich jetzt einmal sagen, wenn ich so hochrechne, 20 Minuten am Kilometer. Das ist bei der Steigung echt flott gegangen. Ja, ich bin auch wirklich echt flott gegangen, muss man sagen. Also ich habe da echt einen schnellen Schritt angelegt und habe viel, viel eingeholt. Das war aber schon immer auch meine Stärke, muss ich sagen. Also bergauf gehen, glaube ich, im Verhältnis gesehen zu meiner Fitness, war immer viel besser als bergab. Also da definitiv, da war definitiv stark. Und es war auch nicht so technisch, finde ich. Ich meine, ich habe mir gedacht, ich bin halt aus Materia wirklich anderes gewöhnt. Vielleicht ist das halt der positive Effekt dadurch, dass man Materia gemacht hat, dass man einem das nicht mehr so arg vorkommt. Aber das ging echt gut und da war ich echt auf Wolke 7. Und dann ist danach auch ein, nach der Pfandelscharte, ist auch ein relativ laufbarer Downhill. Und da bin ich dann dahin gedüst, auf Wolke 7, glaube ich, und habe dann den Werner vom Team eingeholt, der für mich eigentlich immer so, der Werner ist immer ganz weit vorne, weil der wollte irgendwie so 22 bis 23 Stunden laufen. Und dann habe ich gedacht, ob ich den erwische, weiß ich nicht. Und plötzlich laufe ich da runter und ich sehe ihn vor mir, weil ich sehe es ab so einem grünen Buff habe ich ihn erkannt. Könnte es der Werner sein? Dann bin ich hin und dann habe ich ihn wirklich gesehen. Und sogar überholt. Also ich war dann, glaube ich, vier Minuten vor ihm auf dem Glockenhaus, was dann der nächste Checkpoint war. Knapp fünf Uhr in der Früh? Ja, genau. Wie war die Nacht? Ungefähr sieben Stunden. Temperatur? Wetter? Ja, frisch. Also wie es immer am Berg ist in der Nacht. Es war frisch. Also ich habe Armsleeves gebraucht. Die Regen, also die Jacke nicht. Ich habe ein bisschen dickere Armsleeves vom Dalmatian Ultra Trail letztes Jahr bekommen. Und die haben super gehalten. Oben auf der Pfandelscharte hätte ich mir kurz überlegt, wenn wir da länger auf 2,6 gelaufen wären, hätte ich mir wahrscheinlich was angezogen. Aber dadurch, dass es gleich wieder runter geht und man eh dann ins Laufen kommt, habe ich gesagt, wurscht, dann fröstlich für zwei, drei Minuten und dann geht es eh wieder. Und beim Glockenhaus ist um fünf, ist dann auch schon die Sonne aufgegangen. Da war es dann, also es war noch nicht wirklich hell, aber es war schon so, dass du ohne Stirnlampe was gesehen hast eigentlich. Und du warst dann auch schon 116. Das heißt, du hast da schon 25 Leute stehen lassen und warst offensichtlich sehr gut drauf. Da war ich noch immer auf Wolke 7, muss ich sagen. Dann geht es nach dem Glockenhaus, geht es dann runter auf so einen Stausee und dann geht es da die nächste Steigung rauf zur Pfortscharte. Und ich muss ehrlich sagen, die war teilweise, fand ich die härter als den ersten Anstieg, weil der halt nicht so lang war. Also das Glockenhaus liegt ja auf knapp über 2000 Höhenmeter, glaube ich, 2100 würde ich jetzt schätzen. Und die Pfortscharte liegt 2,7 oder so. Aber das war halt technisch und dann war es so steinig, sodass du ein bisschen wegrutscht bist. Also nicht so große Steine, sondern so kleinere Steine. Und das war irgendwie ein bisschen... Ja, sowas. Und halt wirklich steil. Das war knackig. Da haben die Oberschenkel dann schon ein bisschen gebrannt. Ich meine, da hatte man dann halt schon 3000 Höhenmeter in die Beine oder sowas. Da dürfen es dann... Knapp Kilometer 50 dann schon. Genau, und dann die Pfortscharte rauf. Das war logischerweise anstrengend, aber bringt man dann auch irgendwie hinter sich. Und dann geht es eben runter zum Glockenhaus. Dort ist dann auch der erste Punkt, an dem die 75 Kilometer Läufer dazustoßen, weil die starten zwar auch in Karls, machen aber irgendeine Schleife quasi zurück. Also jetzt aus 100 Kilometer Läufer-Sicht, streckentechnisch gesehen, zurück. Und treffen uns dann beim Lugnerhaus wieder und laufen dann mit uns quasi dieselbe Strecke bis zurück nach Capron. Und dort habe ich dann den... Es sind ja reihenweise die Leute ausgefallen, die von dieser Pizza-Ess-Runde, von der ich am Anfang erzählt habe. Der erste, mit dem ich da bei der unteren Pfandlscharte den Anstieg begonnen habe, hat dann bei Kilometer 40 aufgehört, weil er gespieben hat wie ein Wahnsinniger. Der hat irgendeinen Virus erwischt und der hat dann im Glocknerhaus W.O. gegeben. Den zweiten habe ich beim Abstieg von der Pfandlscharte getroffen. Der wollte eigentlich so um die 18 Stunden laufen. Der ist relativ fit und hat auch beim Traunstein-Bergmarathon, weiß nicht, ob du den kennst, das sind auch irgendwie so 70 Kilometer, relativ brutales Ding. Dort ist der dritte geworden, auch mit wirklich Klettersteig-Elementen. Okay. Also der hat sowas schon drauf und der hat dann auch, der hat die Nacht irgendwie nicht vertragen, hat dann auf der Pfandlscharte oben eine Stunde beim Bergeretter im Zelt geschlafen, weil der gemeint hat, so laufst du nicht weiter, du schaust zu fertig aus, so nicht. Und der ist dann eben untergelaufen ins Lugnerhaus und Lugnerhütte, um dort eben dann runterzukommen irgendwie vom Berg. Weil der hat zwar nicht weiterlaufen dürfen, aber am Berg oben bleiben kann er auch nicht ewig. Da habe ich den da getroffen, bin ich mit dem runter in die Lugnerhütte und war halt echt, ich glaube, da war ich schon sehr sicher so, ich glaube, heute könnte mein Tag werden. Da war ich sehr, sehr, sehr gut drauf. Und dann habe ich eben meinen Trainer getroffen, der die 75er-Runde gelaufen ist und habe den dann sogar beim nächsten Anstieg noch überholt. Also die, wann ich reingekommen bin in die Lugnerhütte, sind die gerade quasi weggelaufen. Der ist dann später, um vorzugreifen, der ist ja auch ausgestiegen. Genau, eh auch bei der Rudolfhütte. Weißt du warum? Ich habe dann mit ihm geredet, das war halt Dehydrierung, Dehydrierung, weil, da kommen wir ja eh noch später nach Karls, der Abschnitt ist relativ brutal. Und da war es dann halt zum Mittag dementsprechend relativ heiß. Eine Kombination aus zu wenig Essen, zu wenig Getrunken. Gerade bei der Lugnerhütte, da habe ich dich dann wieder gestockt, da haben wir ein bisschen geschaut. Da wusste ich dann schon, dass du mir zu schnell in Karls bist. Und du warst ja knappe zwei Stunden vor der Zeit in Karls. Naja, ich war nach elf Stunden dreißig war ich in Karls. Um noch kurz zwischen Lugnerhütte und Karls das zu erzählen, da geht es nicht mehr noch mal runter, da geht es nicht mehr rauf. Das ist relativ kurz, das ist aber wunderschön. Das ist so wiesenartig und du schlängelst dich da so in ein Mini-Ding rauf. Da war es halt schon relativ heiß, weil da war es dann halt auch schon zehn am Vormittag oder so. Nein, das geht sich nicht aus. Egal, acht, acht, irgendwie sowas, glaube ich. Und dann gibt es, 39 bin ich in Karls eingelaufen, dann war es acht, acht herum, halb acht, acht. Aber es hat ja schon angefangen, heiß zu sein. Und nachdem man die Nacht eben gewohnt war, war das zum ersten Mal da, wo man die Sonne quasi richtig spürt und wahrnimmt. Und dadurch ändert sich, ja. Und dann gibt es diesen Downhill quasi runter nach Karls. Und den möchte ich extra noch mal erwähnen, weil den bin ich runtergeprettert, wie ich schon selten einen Downhill runtergeprettert bin. Den letzten Kilometer, ich weiß nicht, wie die Kilometer davor waren, aber den letzten bin ich in fünf flach runtergelaufen. Also da habe ich geglaubt, ich spinne. Ich habe so viele 75er überholt und die haben ständig zurückgeschaut, was, du laufst die 110? Das war echt geil. Genau den Kilometer 60 bin ich genau in fünf Minuten gelaufen. Ja, da bist du durchschnittszeiten gelaufen. 6, 30, 5, 20, 5, 10. Also da bist du wirklich durchschnittlich mit einer 6er-Pace ungefähr über 5, 6, 7 Kilometer gelaufen. Der ist nämlich echt gut, weil es ist so Waldboden, der schlängelt sich da so sehr, es schlängelt sich da jetzt irgendwie so runter. Und da war ich echt auf Wolke 7, also höher noch quasi, weil zwölf Stunden in Karls sein war so das grobe Ziel, weil obwohl Karls Kilometer 62 ist, und logischerweise, wer rechnen kann, 110 weniger 62 ist nicht 62. Also es war kilometertechnisch nicht die Hälfte, aber es war halt bei den meisten Zeiten, die man gesehen hat, war es halt aber zeitlich ungefähr die Hälfte. Und deswegen war der Plan, wenn du quasi so 24 laufen willst, wäre gut, wenn du so um die zwölf Stunden nach Karls kommst. Und wirklich dann war ich nach elf Stunden 30, also dürfte halb zehn eben gewesen sein. Und habe dann dort nachgeladen an Sachen, an Gales und was auch immer, habe mir extra vorgenommen, nicht so lange in Karls zu sein, und habe mir 20 Minuten als Ziel gesetzt. Und die Freundin hat auch gewartet in Karls. Und dann bin ich rein und habe gesagt, 20 Minuten, dann bin ich wieder raus. Mehr Zeit habe ich nicht, habe halt Spaghetti gegessen und getrunken und Sachen gemacht, kurz hingesetzt und ausgeruht. Und dann ging es eben auf die zweite Strecke los. Da habe ich schon ein bisschen spekuliert, ob nicht sogar schneller als Sub24 gehen könnte. Da warst du eigentlich auf einer 22 irgendwas unterwegs und warst auch schon 70 da. Das heißt, du bist von ersten Checkpoint zum vierten Checkpoint, hast du von 140 auf 70 dich nach vorne gearbeitet. Ja, wenn man jetzt drüber nachdrehen, klingt das immer bitterer. Aber was soll's. Genau, und dann habe ich gewusst, weil das war ja der Teil, den ich schon gekannt hatte, dass da jetzt was ziemlich Brutales, also bist du auf diese Karlsertauern rauf, das ist kein lustiger Abschnitt. Das zieht sich am Anfang so, weil du laufst eben durch Karls durch und dann laufst du diesen Fluss da entlang und das hat so eine blöde Höhe. Wenn du gehst, verlierst du wahnsinnig viel Zeit, aber laufend mit 60, 62 Kilometern in den Beinen ist es irgendwie wahnsinnig zart. Ich bin aus Karlsert gelaufen und habe mir gedacht, habe ich jetzt irgendwie meine ganze Energie in Karlsert gelassen, weil das ist so wieder reingekommen, wenn es so ein bisschen schwierig, nachdem man 20 Minuten ungefähr gesessen ist und dann hat die Hitze der Sonne auch noch runterbrannt. Ist es im Nachhinein betrachtet besser, kürzer sitzen zu bleiben? Ich glaube, man muss abwägen. Also ich bin kein Freund davon, ewig lang bei den Lavastationen zu bleiben, weil meine Devise ist, die bringen sich dich dem Ziel nicht näher. Also bei diesen ganzen anderen liege ich meistens so zwischen zwei und vier Minuten. Also ich fülle Trinken nach, ich trinke selber, ich esse die erste Runde, die zweite Runde schnappe ich mir und gehe und esse dann im Gehen. So ist meine Tag. Dadurch bleibe ich meistens so drei, vier Minuten. Kommt meistens hin, weil auch in Verleiten haben wir gesehen, ich bin nach drei Stunden 20 angekommen, nach drei Stunden 24 ungefähr war die Ausgangszeit. Also diese vier Minuten sind so meine Standards. Bei diesen Hälften, wo du auch Dropbacks hast, da ist was anderes. Da wechsle ich dann meistens irgendwie die Kleidung. Du hast meistens dort auch irgendwie Spaghetti oder so irgendwas, wo du halt etwas wirklich Festes essen kannst. Da nehme ich mir dann ein bisschen mehr Zeit, aber halt es gibt Leute, die da teilweise 40, 50 Minuten drinnen sind und ich schaue so, dass ich es trotzdem zwar ein bisschen mehr nehme, aber halt trotzdem auf ein Minimum reduziere, weil es im Endeffekt die Zeit danach, die da hinten raus fehlt und dann in der Gesamtzeit sich irgendwie niederschlägt, wenn du zu lange bei den Laborstationen bist, finde ich. Wamsley hat ja beim Western States im Interview dann gesagt, er hat einen fixen Timer quasi gehabt, zwischen drei und fünf Minuten bei jeder Laborstation. Er hat sich hingesetzt, Schuhe ausgezogen, schnell was gegessen, Wasser nachgefüllt, Schuhe an und ist wieder rausgeschickt worden und hat das vorher schon fixiert. Und das ist bei den Amis offenbar außergewöhnlich, weil die laufen im Endeffekt immer durch sonst oder sehr oft und diese Zeit, die er sich genommen hat, war schon sehr viel. Und wenn man dann hört, okay, bei uns, also jetzt in Europa, es ist üblich, dass man sie also nach 10 Minuten, 20, 40 Minuten nimmt, dann klingt das halt einfach schon sehr viel. Es summiert sich auch rauf, also auch wenn du vier Minuten nimmst, du musst rechnen, es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zehn, elf Punkte, wo du Wasser nachführen kannst, erst bei jeden vier, fünf Minuten sind das fast... Drei, vier, vier Stunden, Stunde. Jetzt rechnen wir ein bisschen auf und manchmal vielleicht ein bisschen mehr. Es ist fast eine Stunde, die du da nicht dem Ziel näher kommst. Und das ist schon viel. Aber was ich sagen will zum Jim Ormsley, das lustige ist, das krasse Gegenbeispiel dazu, ist der Kilian, weil bei seinem ersten Hard-Druck, glaube ich, was er gelaufen ist, war er ja den Rekord vom, ich glaube, vom Matt Carpenter hat er den gehalten. Und das war eigentlich so ein Rekord, der schon relativ lang gestanden ist. Und der damals auch relativ penibel geschaut hat darauf, dass er so wenig Zeit wie möglich in den Labelstationen verbringt. Und der Kilian ist aber das krasse Gegenteil. Der hat dann teilweise mit den Leuten gequatscht, hat sich Sandwiches gemacht und ah ja, ich muss ja noch weiterlaufen, so auf ganz scheiß mir nix und ich bleibe halt da jetzt noch ein, zwei Minuten länger und laufe dann halt weiter irgendwie so. Und es hat trotzdem den Rekord irgendwie um eine Stunde unterboten. Also, was ich damit sagen will, wenn du da länger Zeit hast bei den Labelstationen, musst du einfach noch schneller laufen, dann wurscht du alles wieder rein. Okay, fair. Aber du hast ja dann auch Zeit, diesen Anstieg rauf. Ja genau, also ich habe dann eben, ich bin da nicht alles gelaufen, von diesen leicht schrägen, ich würde so sagen, 70, 70 Prozent bin ich irgendwie gelaufen, 70, 75 Prozent. Relativ viel eigentlich. Ich bin es, obwohl laufen kann wahrscheinlich nichts zu sagen, ich bin es raufgetrottet. Aber auch da, du holst dann immer wieder 75 Kilometer Läufer ein und du merkst schon, die paar Minuten, die du halt schneller bist, zwischen denen, die gehen und zwischen denen, die nicht gehen. Und dann gibt es noch dieses Karlsertauernhaus, wo du dann nochmal Wasser nachfüllen kannst, weil es sind zwar, es sind schon 18 Kilometer, glaube ich, oder so, bis dann wirklich zur Rudolfshütte. Und wenn du da kein Wasser dazwischen hättest, wird es definitiv eingehen. Und ich habe dann auch extra, weil es eben klar war, dass ein Faktor, wie es ein Aufstieg natürlich auch die Hitze sein wird, bei jedem Bach, den ich vorbeikommen bin, mein Puff reingetan und mir Wasser übers Knack da und am Kopf und dann ein nasses Puff aufgesetzt, weil sonst wäre es da eingegangen. Und ich habe auch von denen, die das nicht gemacht haben, gehört, dass sie mit der Hitze gekämpft haben. Ich muss sagen, ich habe mit der Hitze gefühlt keine Probleme gehabt. Es war zwar sehr anstrengend, da war es aber um 10, 11, 12 am Vormittag. Wie heiß ist es denn wann? Ich weiß jetzt nicht, wie heiß es in Grat geworden ist, aber die Sonne hat schon ziemlich runtergebrannt. Also du bist ja da in so einem Tal drinnen, bist du ein bisschen in einem Kessel, wo du rechts hohe Berge, links hohe Berge, vor dir hohe Berge und da sitzt dann halt die Hitze so in der Mitte quasi. Das war schon ziemlich heiß, aber Gratmäßig kann ich da nichts sagen. Und das Schwierige ist, ab diesem Karlsertauernhaus wechselst du dann quasi von breiter Forststraße, Forstautobahn, zu teilweise kann man gar nicht sagen, dass es wirklich ein Weg ist. Also du kraxelst da so über Steine drüber. Das ist so ein Steinmeer im Endeffekt. Und da gibt es quasi, so pseudomäßig sind da Wanderwege aufgezeichnet, du kraxelst da irgendwie von Stein zu Stein. Also das ist ganz, ganz, ja, Das ist nur Steinkraxeln im Endeffekt. Bis dann kurz vor diesem letzten wirklich fetten Anstieg rauf zu den Karlsertauern, kraxelst du also nur über Steine drüber. Okay, wie viele Kilometer sind das? Also vom Karlsertauernhaus bis zur Rudolfsitz sind es acht Kilometer. Ich glaube, dass bis zum Gipfel sechs Kilometer sind und die zahnen sich halt ewig. Also für diese 18 Kilometer, von Karlsertauern bis zur Rudolfsitz habe ich drei Stunden 56 gebraucht für 18 Kilometer. Also das sind dann was? Knapp über vier Kilometer die Stunde. Also ein bisschen was, 20er Schnitt oder sowas? Ich wollte gerade sagen, aber es ist trotzdem 18 Kilometer in drei Stunden irgendwas. Das ist im Endeffekt nicht viel langsamer wie für die ersten 21. Naja, für die ersten 21 habe ich 3,20 gebraucht. Also schon vor neuner Schnitt, glaube ich. Ja, also es ist jetzt dann schon langsamer, aber trotzdem bist du noch immer super flott unterwegs gewesen. Ja, ja, aber muss ich sagen, da den letzten Aufstieg, der letzte Stück geht da ziemlich steil und dann kraxelt du eben auch über so Felsen, also über so große Steine durch und manchmal hast du Wegen, manchmal hast du noch so einen Steinmeer vor dir, wo du irgendwie drüber musst. Da bin ich schon, normalerweise selten nach, aber da bin ich schon ein paar Mal stehen geblieben, habe quasi pseudomäßig nach hinten geschaut und so getan, als würde ich den Ausblick genießen und habe kurz mal Luft geholt, um wieder vorzukommen. Also der war schon ein hartes Stück und wie ich ganz oben war, habe ich nochmal runtergeschaut und zu mir gesagt, Flo, da laufst du nie wieder rauf. Wir wissen, dass das falsch ist. Ja, jetzt wissen wir es auch. Das hat der Christoph, mein Trainer, auch gesagt, dass ich es nächstes Jahr wieder machen muss. Dann habe ich ihm die Geschichte erzählt, dass ich eben gesagt habe, ich laufe da wieder rauf. Da habe ich gesagt, haha, wir wissen alle, dass das nicht wahr ist. Tja, genau. Und dann war ich dort oben und fand auch, dass ich gut in der Zeit war, weil meine Idee war so, dass ich in dieser Rudolf-Hütte nach sechs, also ich mir gedacht habe, das ist gut, wenn ich so um 16 Stunden herum ankomme, also um zwei herum. Und war dann da oben um kurz nach eins, glaube ich, so irgendwas. Und der letzte Abstieg zur Rudolf-Hütte ist auch nochmal recht steinig. Also die ganze Gegend dort besteht quasi nur aus Riesensteinen, ohne, dass da wirklich ein Weg dazwischen ist. Und das ist im Endeffekt das, was mir auch zum Verhängnis geworden ist, weil ich bin dann eben runter und ich habe immer probiert, bei den Stellen, wo quasi so ein Mini-Weg war, wieder kurz einen Laufschritt anzusetzen, auch wenn es quasi teilweise nur zehn Meter oder sowas, aber einfach nur, um auch den Schritt ein bisschen zu wechseln, mal vom Gehen ins Laufen, vom Laufen ins Gehen, einfach weil es auch andere Muskeln sind und so und um ein bisschen die Monotonie zu durchbrechen. Also damit jeder weiß, wo wir sind, wir sind knapp nach der Rudolf-Hütte bei Kilometer 80. Vor der Rudolf-Hütte? Vor der Rudolf-Hütte. Zwischen Kalsertauer und Rudolf-Hütte, also bei 75. Genau, ja, also so 78 im Endeffekt oder sowas. Und da war wieder so ein Stück, wo es halt leicht laufbar ist und ich habe wieder meinen Laufschritt angesetzt und ich tentiere dazu, meine Füße nicht immer ganz zu heben, sondern so ein bisschen zu schlurfen. Und das ist mir zum Verhängnis geworden und ich bin halt, habe einen Stein anscheinend übersehen und mich halt so vorgekaut und ich wollte diesen Fall abfangen, anscheinend mit meinem Stecken, habe aber irgendwie nicht geschafft und bin dann halt am Boden, habe sogar die kurze Angst gehabt, dass ich in den Stein davor reinrutsche, was aber dann ausgegangen ist und bin dann so rechts ein bisschen vom Weg abgekommen, bin halt aufgestanden, habe gesehen, dass mein Knie halt aufgeschürft ist und meine Hand ein bisschen aufgeschürft ist und haben mir eigentlich gedacht, war das nur mal Glück gehabt, weil hätte einem Schlimmeres passieren können. Kurze Nebengeschichte, auf der Rudolfi durch dann warte ich, ist dann kurz nach ihm einer gekommen, der sich die Hand gebrochen hat, also hätte auch noch Schlimmeres passieren können und wollte dann wieder los und will mit meinem linken Stock wieder Gas geben und plötzlich merke ich, dass ich da irgendwie keinen Widerstand mehr spüre, sondern so ein bisschen ins Leere fahre und merke, dass mir der Stock abgebrochen ist. Also der ist in der knapp über der Mitte ist er halt durch und das sind diese Karbonstecken, das heißt, wenn die mal gebrochen sind, kannst du das schmeißen und haben im ersten Moment auch nichts dabei gedacht und gesagt, ja scheiße, stecken weg, ich habe ja eh noch einen und laufe dann halt weiter oder bewege mich da weiter über die Steine drüber und ich bin halt im Alpinen immer, gerade wenn ich viele Kilometer in den Beinen habe, werde ich halt immer ein bisschen unsicherer und für mich sind die Stecken eigentlich schon wichtig oder halt geben mir Sicherheit, mich da zu bewegen und je mehr ich dann in diese Rudolshütte gekommen bin, desto mehr ist mir eingefallen, was noch alles nach der Rudolshütte auf mich kommt, also kommt dann auf das Karbonatörl, da kommt dann noch ein Schneefeld, das du runter musst, da kommen noch zwei gefährliche Abstiege, dann ist mir eingefallen, also ist mir mit der eingefallen, was es bedeuten kann, nach 100 Kilometern noch einen schweren Abstieg runter zu laufen, dann habe ich mir versucht vorzustellen, wie das wäre, wenn ich das nur mit einem Stock runter laufen hätte müssen und dann habe ich mir gedacht, ob es wirklich gescheit ist, mit einem Stecken weiter zu laufen, andererseits habe ich mir gedacht, ist das nicht vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, es gibt sicher Leute, die sagen, wurscht, laufst du ohne Stecken weiter oder scheißt dich nicht so an, es ist nur ein Stecken, aber ja, ich war mir sehr unsicher und bin dann eben zu dieser Rudolshütte hin, eben in 15.40, also eine echt eine super Zeit, also halb zwei ungefähr, also kurz nach halb zwei, dann hat mich der, von der Bergrettung hat einmal meine Wunder verarzt, weil sie halt ein bisschen geblutet hat und halt desinfiziert damit und verbunden, damit kein Dreck reinkommt und dann habe ich irgendwie überlegt, ob das wirklich so intelligent ist, ob sie das wirklich auszahlt, jetzt ohne Stecken da noch weiter zu laufen, weil danach war es einfach noch schwierig, also ich, die zweite Hälfte ist einfach die schwierigere, ja, ich wollte es dann irgendwie nicht riskieren, ich habe mich dann einfach nicht mehr sicher gefühlt und mit Materie im Hinterkopf war es mir dann irgendwie nicht ganz wert, dass ich dann auch weiterlaufe und da, also ich bin, ich bin glaube ich 20 Minuten oder so 25 Minuten auf der Hütte gesessen und habe hin und her überlegt, es war für mich eine echt harte Nuss zum Knacken, weil es so eine Entscheidung ist, keine Ahnung, wenn es deinen Fuß bricht oder wenn es deine Hand bricht, ist es relativ klar, du kommst, kannst du nicht weitermachen, aber bei sowas gibt es sicher Leute, die sagen, du musst weiterlaufen, nur wegen einem Stecken hört keiner auf und es gibt Leute, die sagen, ach, es zahlt sich eh nicht aus, wenn da was passiert, dann ist es gescheit oder du hörst aus und deswegen war das so, war es so ein Hin und Her, ob ich da jetzt ein bisschen zu ängstlich bin oder ob es eh angebracht ist, respektvoll. Da gibt es sicher viele Argumente dafür und dagegen und nach 15 Stunden ist man da sicher auch in einer anderen Entscheidungsposition wie nach zwei Stunden. Ja, also wenn man das im ersten Abschnitt passiert, hätte ich wahrscheinlich die Freundin angerufen und gesagt, bring mal Stecken nach Karls mit und wäre den Rest noch hinten durchgelaufen. Aber ich weiß, ich wusste eben noch von der Schwierigkeit der Strecke und hatte einfach Angst, dass mir da irgendwas passiert und selbst wenn ich mir die Hand breche, wo jetzt nicht die Welt untergeht, aber ich wollte auch danach in Urlaub fahren und wenn ich da sitze mit gebrochener Hand und meinen Urlaub streichen kann, das waren alles so Punkte, die ich mir gedacht habe, ist es das wirklich wert? Muss ich das wirklich unnötigerweise riskieren, wenn ich eh weiß, dass ich mich ohne meine Stecken nicht sicher fühle? Weil ich meine, ich bin schneller geworden Downhill und das ist definitiv meine größte Schwäche bei diesem ganzen Zeug, was ich da mache, aber ohne meine Stecken bin ich sowas noch nie runtergelaufen. Und wenn du dir das Feld dort angeschaut hast, also die Leute, die keine Stecken genommen haben, waren dort echt die Ausnahme und deswegen habe ich mich dann schlussendlich schweren Herzen sozusagen durchgerungen zu sagen, ich höre auf auf der Rudolf-Hütte, ich lasse es. Du hast mich dann auch von dort angeschrieben, dass eben das passiert ist und ich habe dich ja die ganze Zeit verfolgt und habe dann geschaut. Ich habe das Ganze ja so erlebt, dass ich mir gedacht habe, ja, da sind wir ungefähr auf der gleichen Ebene beim Glocknerhaus und schau jetzt in Karls, boah, der ist jetzt aber relativ weit vorne, weil du hast den Rest wirklich stehen lassen bergab. Du bist dann in Karls, deswegen habe ich gesagt, du bist viel zu schnell dort gewesen. Für meinen Plan bist du dann dort auch wieder relativ schnell draus gewesen, bist auf diese Rudolf-Hütte raufgedüst im Endeffekt, bist dann dort angekommen als 62. Und dann schreibe ich, na, das wird super, Sub 22 und du schreibst, ja, super und ich bin auch schon draußen. Und ich habe gesagt, wait, what? Wie jetzt? Draußen? Und das ist ja, das ist ja im Endeffekt, das Bittere, wenn man dann die P so rechnet und sowas, also es wäre sich echt irgendwas, 22 XX wäre sich wahrscheinlich irgendwie ausgegangen und das ist das, was mich dann gerade am nächsten Tag halt noch am meisten gewurmt hat, weil ich echt im 100-Kilometer-Lauf-Ding das Rennen meines Lebens hatte, auf der sicher, wenn nicht der schwersten Strecke Österreichs, hat mich das schon ein bisschen gewurmt, weil ich das Ding echt, wenn ich das nach Hause gelaufen wäre, hätte ich meine Ziele wahrscheinlich, hätte ich sie relativ leicht geschafft, also 24 glaube ich, relativ leicht gegangen, weil, wenn ich meine schon, die Leute, die noch deutlich hinter mir waren, sind auch noch, also einer noch aus der Pizzarunde, war eine Stunde hinter mir, glaube ich, auf der Rudolf-Fütter und ist 23, 30 gelaufen oder so. Im Endeffekt wärst du wahrscheinlich bei dem Punkt, wo du ausgestiegen bist, wenn du den Rest gegangen wärst, wahrscheinlich noch Sub-24 reingekommen. Ich weiß nicht, das Carbon-Oterle ist halt noch relativ hart, es gibt vier Kilometer, da haben sie eine, also die maximale Zeit für die Brauchen sind drei Stunden und es gibt nicht wenige, die das auch brauchen und da passt zum Beispiel, wenn du zwei Stunden dann brauchst für die vier Kilometer, also das gibt schon noch ein paar Stellen und ich war mir auch nicht so sicher, ob das jetzt wirklich Sub-23 auch geworden wäre, aber ich hätte sicher eine für mich gute Zeit hinknallen, deswegen hat es mich dann am nächsten Tag schon, habe ich schon noch ein bisschen knabbern müssen, ehrlich gesagt daran. Mittlerweile sehe ich es nicht mehr ganz so schlimm. Ich glaube, dass das ein Ding ist, dass jeder für sich selbst irgendwie entscheiden muss, wenn man es, ich finde, man muss halt respektvoll in den Bergen irgendwie sein, weil man muss auch seine, sagen wir so, man muss seine Fähigkeiten in den Bergen gut einschätzen können und wenn man, findet, dass das in der jetzigen Situation mit den jetzigen Mitteln nicht ausreicht, dann finde ich, muss man auch den Mut dazu haben, zu sagen, es ist zu viel und das ist zum Beispiel was, was ich mir dann auch gedacht habe, auf Madeira haben wir einen getroffen, auch einen Österreicher, der auch bei 60 aufgehört hat, weil er gemeint hat, er glaubt nicht, dass er das fertig schafft, obwohl er jetzt nicht so fertig aus und sicher nicht am Limit war, aber er hat einfach gewusst, was er kann, hat gewusst, dass das, was kommt, über seinem Können steht, mit den Mitteln, die er jetzt zur Verfügung hat und so. Weil das der, der mit euch mitgelaufen ist? Ja genau, der ist irgendwie die Kilometer 45 bis 50 oder 55 oder sowas ist der mit uns mitgelaufen und das habe ich damals schon besprochen, dass es eigentlich eine mutige Entscheidung ist, weil viele unterschätzen sich oder überschätzen sich einfach in dem, was sie können und dann passiert irgendwas. Deswegen habe ich dann irgendwann am Sonntag beschlossen, dass es wahrscheinlich eine Entscheidung ist, die sehr subjektiv ist, aber ich glaube, im Endeffekt dann eh doch die Beste war und dass es ja ein 2019 gibt und dann muss man den Blödsinn halt nochmal probieren. Hilft dir nichts. Nein, vor allem wenn du sagst bergab ist nicht deine Stärke und du verwendest die Stecken auch bergab, dann ist natürlich der Teil, der dann kommt, wirklich der Schlimmste, weil da geht es nach dem Carboner-Tödel nur mehr bergab im Endeffekt. Da geht es 1700 Höhenmeter da geht es da bergab. Richtig und das mit einem Stecken ist, wenn man das nicht mag, nicht gut. Ja eh. Und teilweise wäre es auch sicher nicht so schlimm gewesen, weil wir waren dann am Montag nach dem Gut, auf dieser Hochgebirg, bei den Hochgebirgstauseen und dort war es schon auch laufbar, also es hätte sicher auch Passagen geben, die ich definitiv mit einem Stock gemacht hätte, aber wenn es halt, wenn es halt, wenn es nur 400 Höhenmeter sind, die runter mussten und dann musst du auf ein Schneefeld und ich habe irgendjemanden sagen hören, dass die ohne Stecken die lustigsten Methoden angewandt haben, um irgendwie von diesem Schneefeld runter zu kommen, das war so für mich die Aussage, dass ich mir gedacht habe, war vielleicht doch besser, das ist sein Ablassen, weil so ein Schneefeld runter, wenn du da irgendwie auskommst und dann kannst du ihn nicht irgendwie anhalten gescheit, das willst du nicht erleben, glaube ich. Ja, das solltest du sonst schon mal trainiert haben, ja. Ja, und diese technischen Bergabpassagen, also es war ja so, von Karlsrundt zum Beispiel, das war Waldboden, das war sowas, was bei uns im Wiener Wald ständig heißt, das kannst du trainieren, da fühle ich mich relativ sicher, aber wenn du dann Karlsrundtauern hernimmst, wo du diese Steinmeere da hast, wo du irgendwie drüber musst, wo kannst du das, das kannst du bei uns nicht trainieren. Ich meine, ja, du könntest schon jedes Wochenende am Schneeberg fahren und dort rauf und drunter laufen, aber das ist ein zeitliches Problem, was du hast. Selbst dort ist es von der Vegetation anders, also der Glockner ist anders wie Schneeberg, Rax, Steiermark, also einfach von der Zusammensetzung und von der Größe, der Schneeberg ist eher besser bewaldet. Ja, das kommt ja noch dazu, das heißt, damit du wirklich, das heißt, du müsstest das wirklich explizit, diese Gebirge oder Berge suchen, die genau das haben und das ist einfach eine zeitliche Komponente, die ich nicht habe und deswegen sage ich, mit den Mitteln, die ich habe und mit den Mitteln, die ich auch aufbringen will, muss ich damit leben, dass ich, bergab immer ein bisschen unsicher sein werde, aber ich habe dafür meine Stecken und mit denen traue ich mich dann das meiste relativ smooth runterlaufen. Damit bin ich glücklich und damit, das sind halt meine limitierten Faktoren und das ist dann auch okay so. Dann haben wir ja was zum Üben. Du willst mich raufquälen, die Berge, damit die Bergauf besser wäre, dann machen wir halt Intervall, ich rauf, du runter. Ja eh, eh. Wir zusammen werden ein kompletter Läufer. Jetzt müssen wir uns nur gegenseitig am Rücken schnallen, das wäre total gut. Wunderbare Idee. Nein, aber das war es im Endeffekt. Also ich bin dann von Rudoshütte runter in die Unterkunft, war saumiert, bin um zehn schlafen gegangen, also hatte auch seine Vorteile. Ich hatte eine ruhige zweite Nacht, habe dann glaube ich acht Stunden geschlafen, was relativ viel ist und dann von Montag auf Sonntag zehneinhalb Stunden, zehneinhalb Stunden, dann war ich wieder ein kompletter Mensch. Und ich muss sagen, du bist in den Top Ten. In den Top Ten von was? Der DNFs. Du bist Siebter. Wieso? Naja, also wenn man die DNFs hernimmt, gibt es eine Liste oder was? Ist bei dem weitesten, weitestmöglichen Checkpoint, ist einer ausgestiegen nach zwölf Stunden irgendwas, dann einer nach 13 und so weiter und du bist nach 15 Stunden 42 ausgestiegen. Das heißt, du bist Siebter. Von denen, die nicht durchgekommen sind, bist du Siebter. Das erfüllt mich dann irgendwie schon wieder mit ein bisschen Stolz, muss ich sagen. Sechst? Top Ten ergeben, das ist doch super. Hätte ich das ehrlich das gewusst, hätte man den ganzen Podcast gleich anders genannt. Top Ten beim Gut. Nein, muss man nicht dazu sehen, dass das Top Ten DNF war, aber das ist ja was anderes. Aber man muss dazu sagen, es sind relativ viele ausgefallen. Also es sind von den 368, die gestartet sind, sind 140 ins Ziel gekommen. Es haben viele bei der Rudolf-Fütte aufgehört und auch von unserer Pizza-Partie sind dann nur drei ins Ziel gekommen von sechs oder sieben. Also einer hat es dann noch mit Hitzeschlag ist noch einer raus, eben da auf die Kalter-Tauern rauf. Der Basti und der Jordi haben es dann nach 25 Stunden 15 haben die das Wahnsinns-Ding beendet. Die sind dann noch in ein Gewitter gekommen, weil es hat dann irgendwann am Abend noch gewittert, wo sich die Leute dann an der Rudolf-Hütte nicht mehr weiter haben lassen. Ja, die waren gerade bei den Stauseen, haben sie gesagt. Genau, und sie waren eben schon durch und waren dann am Moserboden, waren es glaube ich schon. Und auf der Rudolf-Hütte waren ganz viele, die auch ausgestiegen sind nach 20 Stunden irgendwas, 21 Stunden dann schon. Das heißt, die sind dann fünf bis sechs Stunden hinter dir gewesen noch. Also da bist du schon lange im Bett gelegen, sind die erst ausgestiegen. Also so gesehen. Ja, ja, ja. Ja, also ich muss sagen, ich habe es dann am Sonntag nochmal Revue passieren lassen. Also auch wenn es jetzt nicht das gewünschte Ergebnis war, kann ich aber relativ viel aus dem eigentlich mitnehmen, weil, also erstens kann ich mitnehmen, und das ist definitiv das eine der härtesten, wenn nicht sogar das härterste Rennen Österreichs ist in der Länge. Also ich weiß noch, dass der Pizdal, Trail, Maniac oder so irgendwas auch noch relativ hart sein soll, aber alle, alle mit denen ich geredet habe, sagen, das ist das härterste Ding Österreichs. Und das nochmal zu sagen, das kann ich, ich bin 80 Kilometer laufen und ich weiß, die restlichen 30 hätte ich auch noch geschafft, ist auch schon mal ein gewisses Ding, auf das ich stolz bin. Dann natürlich auch die, meine Essensstrategie hat wahnsinnig gut funktioniert, also ich habe alle halben Stunden mir so ein High-Five-Gel reingezogen. Ich hatte zwingend mal kurz per Kilometer 45 das Gefühl, ich speibe mich jetzt gleich an, aber habe dann einfach noch ein Gel reingedrückt und dann ist es, ist das Gefühl verschwunden beziehungsweise hat sich mit einem Rhypse erledigt gehabt. Das hat wirklich gut, also ich hatte nicht diese üblichen großen Tiefs wegen Energie, sondern das hat echt gut funktioniert. Ich habe dann auf die Kalser Tauern rauf so gerade eine Viertelstunde ein Gel genommen, also diese immer Iso-Gel oder die Verdickten? Nein, die verdünnten, die ganz dünnen, weil ja, ich hatte Apfelgeschmack und ich hatte welche, die haben noch mit Koffein drinnen, die waren an Orange, glaube ich, oder so irgendwas. Der Vorteil über diesen High-Fives und das war, was ich auch sehr positiv mitnehme, da sie flüssig waren, war es quasi wie trinken, also das war relativ schnell unten und mein Problem sonst immer war, dass ich diese ganzen Cliff-Bar-Blocks und Riegel und das alles, dass das Beißen, dieses Schlucken, das so lange braucht hat und dass mich diese Dinger schon so angeekelt haben nach sieben, acht, neun Stunden, dass ich die nicht mehr essen habe können und diese Gels macht einfach schwupp, schluck und runter ist das Ding. Weißt du, was ich meine? Auch wenn es grauslich ist und auch wenn du es nicht mehr sehen kannst, aber das dauert einfach zwei Sekunden, dann ist dieses Ding weg und deswegen habe ich es echt geschafft, alle halben Stunden ein Gel nehmen zu können. Ich weiß nicht, ob ich es alle halben Stunde schaffst, weil ich habe die auch, aber bei 40 Minuten, da denke ich mir immer schon, boah, ein bisschen anderer Geschmack wäre schon schön, aber vielleicht muss man es mal durchrotieren, so Zitrone, Orange, Apfel, Banane, keine Ahnung, Ultra-Obst-Salat. Das macht einen viel Unterschied. Na, das ist, nach einer Zeit ist der Geschmack echt wurscht, also einfach, einfach reindrücken und gut ist, also ich habe dann alle zwei Stunden Salz genommen und ich habe mir dann von Hämmer solche Elektroly-Tabs noch gekauft, die habe ich dann immer in einer der zwei Soft-Flask getan und ich bin auch im Trinken gesegnig gut ausgekommen, du musst 1,5 Liter mitnehmen und ich habe einen Liter quasi vorne gehabt am Rucksack und eine Flask hinten und ich habe die hinten kein einziges Mal angegriffen zwischen den Labestationen. So entweder bin ich durchgekommen oder der Kalterdauernrauf habe ich einmal beim Bach, glaube ich, nachgefüllt oder zweimal. Das heißt, du hast eigentlich falsch getrunken. Wie meinst du falsch getrunken? Einen halben Kilo umsonst herumtragen. Ja, im Endeffekt hätte ich das Ding einfach auch ausleihen können und dann hätte ich einen halben Kilo weniger schleppen müssen. Aber meine Devise war, ich ziehe den Rucksack nicht aus, außer in Karls. Von daher habe ich damit leben müssen. Nein, aber das ist wirklich grundsätzlich und das ist, glaube ich, auch bei mir immer so ein Anzeichen früh gewesen, dass ich irgendwann so extrem durchstück war und nicht aufhören können am Trinken, weil ich, glaube ich, eigentlich über Inwichtigkeit und Hunger gehabt habe und ich hatte das Gefühl, dass dadurch, dass ich wirklich viel und regelmäßig gegessen habe, dass ich meinen Durst sehr in Grenzen gehalten habe und meinen Wunsch nach Wasser oder was zum Trinken. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich lange ohne Wasser bis zur nächsten Laubestation gebraucht habe. Das war ein sehr positiver Effekt und das kenne ich definitiv anders. Und ich nehme mit, dass in meinen 80 Kilometern waren 5.500 Höhenmeter dabei, dass ich viel Höhenmeter auch kann. Also im Endeffekt klingt das Ganze nach Das, dass das einfach gemeint, dass das Training, glaube ich, wirklich gut funktioniert hat dieses Jahr. Bis aus das kleine Manko des Nicht-Finishens alles zusammen super positiv. Essen super, trinken super, Zwischenzeiten super, Training hat geklappt, Taktik ist aufgegangen. Richtig. Keine Krämpfe, eigentlich war es super. Fairerweise muss man natürlich sagen, das Finish natürlich ein durchaus elementarer Bestandteil des ganzen Abenteuers gewesen wäre, aber grundsätzlich hast du recht. Du hast jetzt noch immer zwei Chancen. Wie meinst du zwei Chancen? Was für zwei Chancen? Wenn du es jetzt beim nächsten Mal wieder vergeigst und beim dritten Mal den Strecke-Rekord läufst, dann kannst du quasi einen Wamsley pullen. Richtig. Lustigerweise, ich habe mir das echt am nächsten Tag auch gedacht, der Jim Wams hat auch Dreierversuche braucht, bis er Western States in seiner Wunschzeit gelaufen ist. Eben drum. So gesehen. Oder halbwegs in seiner Wunschzeit, von daher, ich habe noch zwei Versuche. Also ich muss sagen, war sehr, sehr spannend mitzuverfolgen. Ich muss zugeben, der erste, also dieser Thomas Farbmacher unglaubliche Zeit, 14.25. Eine Stunde vor dem zweiten, also der hat richtig Gas gegeben. Also wie man das schafft, frage mich nicht. Das ist unmenschlich. Der Rest ist dann viel näher beieinander, aber du wärst da sicher in die Nähe der Top 50 gekommen, was wirklich weit fahren wäre. Wenn du da denkst, Top 50 von 300 Startern bei einer Auswahlquote von 50 Prozent. Ich glaube, ein bester Platz wäre irgendwann 44. Wenn du jetzt so weiter trainierst, Top 50. Lass mich nicht dran denken. Lass mich bitte lieber nicht dran denken, sonst falle ich wieder noch in eine kleine Sonntagsdepression. Nicht daran denken, wenn man einen Podcast drüber macht, ist natürlich eine wunderbare Idee. Ja, die anderen haben wir behandelt. Es haben noch gefinisht. Werner Weiß, der hat gut gefinisht, es haben der Jordi gefinisht und Basti. Ja, genau. Die haben in 25.15 beide gemeinsam gefinisht, denen ist das Reliefbuch gegangen, glaube ich. ansonsten viele, viele, viele Ausfälle. Wetter war ja, okay, bis auf das Gewitter. Bis auf das Gewitter am Samstag, okay, genau. Und du musst das Zeug nochmal machen. Richtig, und dann, weil ich ja nicht alleine so weit fahren kann und weil ich ja viel seelische Unterstützung brauche, musst du das nächste Mal einfach auch die 50 Kilometer machen, um dann viel besser im Podcast erzählen zu können, wie geil der Aufstieg zu den Karlsertauern ist. Ich bin jetzt schon geneigt, mir die Anmeldeseite anzusehen. Ich glaube, du kannst dich noch nicht anmelden, aber wenn es dann soweit ist, möchte ich natürlich nicht, wie ich bin, ganz dezent darauf aufmerksam machen, dass man sich vielleicht jetzt anmelden könnte. Ja, schauen wir mal. Aber die Distanz, die du genannt hast, die wäre realistisch. Alles andere wäre irgendwie nicht so schlau. Ach, Salzner im Kopf. Und in den Beinen, würde ich mal behaupten. Aber schauen wir mal. Dann hätten wir das erledigt, die obligatorische Gutfolge. Die obligatorische Gutfolge. Aber gut. 30 Sekunden Ausblick. Next, next. Jetzt nochmal Urlaub. Was machst du im Urlaub? Urlaub, drei Wochen, endlich. Auch in den Bergen, also wandern. Du machst das Gleiche weiter. Richtig, also gut war auch viel Wandern und jetzt wandern wir noch mehr. Aber das nächste ist dann quasi der Wut, wo du auch dein Ultra-Debüt feiern wirst. Also der Wiener Wald Ultra-Trail und ich hoffentlich endlich die 100 Mars. Es ist richtig, dazwischen haben wir aber noch und zwar in zwei Wochen den Vienna-Trail-Run. Wenn alles klappt, können wir vom Vienna-Trail-Run auch eine Folge machen. Richtig, richtig. Das fände ich sehr gut. Wenn wir uns bemühen, schaffen wir es, dass wir vom Vienna-Trail-Run eine Folge machen. Jetzt werde ich erst einmal Urlaub machen und relativ wenig am Computer sitzen und dann können wir wieder podcasten wie die Welt. Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Gut, dann in diesem Sinne wir hören uns beim nächsten Mal. Einen wunderschönen Abend. Ciao, Ciao. Servus.